Musik 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 Da da Der Rube leppert sich auch Muss ja auch die Chips da hinstellen Abschließen Musik Äh Shepard ist so bei dir Was ist da weggeflogen? Warst du das? Tobi Lest du vom Himmel Was hast du gemacht? Weil du bist zu hoch Tobi, was machst du? Ich freu eine Alpenare Was brauchst du? Du fällst ja langsam zu Boden Denke mal nicht, dass du ein Fallschirm dabei hast Nein Warum Ey da ist die Sandmine Warum 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 Tobi 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 Alter Nein Der Medi ist abgestürzt So ne Scheiß Ja 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 Machen sie langsam Ach sie sinds wieder, moin Ja, hallo Ja tut mir leid, mein Hubschrauber hatte eine Fehlfunktion beim ersten Landeanflug Ich weiß nicht, ob sie das mitbekommen haben Ja, ich hab die Rauchsorte gesehen Ich hab ihnen die 100.000 gegeben Oh super, vielen Dank Oh da unten links sehen sie es ja schon Ja ja Ach Gott, der war mein Kumpel schon bisschen fleißig Ach Gott, der war mein Kumpel schon bisschen fleißig Der geht wohl jetzt einige so Ja Da haben wir's denn Ja, vielen Dank schon mal Guten Tag Guten Tag Oh Oh, oh, was hast'n du da auf'm Gucken, ey Ich mein' keiner Meinungsverstärker Ah, okay Doch, Kumpel Lauf, Forrest, lauf So Das ist jetzt der erste Probeschuss auf diesem Server Mit dem Raketenwerfer Naja, Feuer frei Bin mit dabei Der trifft eh nicht So 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 Ich hab' auch keine Munition mehr Das ist mein Das nächste Problem Aber warten sie mal Wie, das war's schon? Ja, ich hatte nur einen Schuss noch Ich bin auch gestorben Äh, warten sie mal Ich kauf mal kurz ne große Äh, Waffe Ich mach das da oben mal klein So, das Kaliber sollte doch reichen Alles satisfied Kommen Shawn Das wird doch nix. Voll Profis, ne? Nichts nutze vom Dienst. Aber so 1000 Dollar pro Kugel und das Ding geht nicht hoch, was ist denn das? Oh ja. Unter dem Drone? Ist der nicht der, ist der Punkt. Ja! So! Es geht los! Oh, oh, oh. Hagelunggranaten. Nö. Oh, mein Gott. Das ist der Domino-Degel. Ah! Ich fahr da mal los. Ich hab heute noch mal stieg. Das eine Quad lebt aber noch, oder? Hast recht. Lass mich mal gucken, du. Muss er zahlen. Und wer mal die ganze Schweinerei nachher wieder weg? Geh ich nicht. Ich hab dir mal heute mal deine Räu hier hingelegt. Ich geh mal da gucken. Das schmökert etwas. Wenn ich in den Himmel guck, nur noch 20, 25 FPS. Wenn ich in den Himmel fahre. Boah. Was ne Raufwand. Was nur des Wortes ne Wand. Jetzt mit dem Heli durch... Wer jetzt sich traut mit dem Heli durchzufliegen, ne? Los! 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 So will ich um mein Heli. Passiert was? Ich glaub nicht. Ah, er will da jetzt durchfliegen. Ich glaub auch nicht. Die fallen mir immer so lang. Gib Gas! Gib Gas! Starte! Joop! Jo, da raucht es sich auf. Muss ich beilen? Ja, ich beile mich. Oh, du bist so lang. Oh, Mann. Jetzt ist gleich genug. Du kannst wieder ausmachen. Was soll ich? Ja. Jo. Hör dich in die Raum, Mann. Ja, ja. Na, ja. Ja, die Raufwand müsste ich in den Raum auch. Alter, das ging halt aber so. Das hat mega Schubfest, Alter. Alles fetzt, ja. Ja, jetzt müssen die Cops herholen, dass sie die ganzen Dinger da hinten abschleppen. Alter, wie viel steht denn da noch? Dann kriegen sie die vielleicht... Äh, leben die doch alle, die Quartz, oder was? Nee, kann ja gar nicht sein. Die sind nicht hochgegangen? Über die Vorderräder weg. Schau raus, ne. Jetzt sind die noch ganz oder? Ja, ja. Oh, die Grenzen. Da quankt auch hier alles wieder schon gleich. Mann, 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 das wird teuer. Wow! Oh, was ist denn da passiert? So bin ich vorhin auch weggeflogen. Der ist weggeflogen. Genau, genau sowas war das so. Ja, nur ein bisschen weiter und schneller. Echt, nur überall die Vorderräder kaputt. Haben Sie noch ne Idee, wie wir Quartz loswerden? Wie was, wie sie die loswerden? Ja, wir haben zu viele. Deswegen war die Aktion eigentlich... Aber da ist es ein bisschen feinig, dass sie nicht hochgegangen sind. Ah, warten Sie, einen hab ich noch. Sie sind recht robust, offensichtlich. Und das haben wir auf die Teams-Selge wieder gestellt. Ich weiß nicht, wie ganz die Teams gelingen. Mach er denn. Das wäre gut an die... So, die Kripslein. Hast du vermied, oder was? Ich würde jetzt nicht mehr hingehen. Drei, zwei, eins! Toll. Wie? Dort hätt's gebracht. Da, da raucht eins. Ja, eins. Wieso raucht das, wo ich gar nix hingeworfen hab? Du, das sind sogar zwei. Jetzt sagen Sie bloß, Sie haben Schaden bekommen. Was mach ich? Haben Sie grad Schaden bekommen? Jaja, ich hab grad Schaden bekommen, aber ein... Einen Prozentpunkt. Irgendwas hab ich abgekriegt. Aus der Entfernung? Ach, deswegen bin ich wohl verreckt. Das war ein Außenspiegel. Ja, das war bestimmt ein Außenspiegel, ja. Das liegt da hinten irgendwo, dein Ding. Wo wir gestanden halten. Ach, da liegt er doch. Nö, nö, nö. Hm, da hilft ja nur noch Katiba oder so und alles niedermähen, ne? Ich weiß es nicht. Warum? Kann sein, dass Sie mich gleich einmal wiederbeleben müssen. Naja, ich bin ja da. Dafür bin ich ja hier. Jo. Jetzt reicht. Äh, was hast du jetzt? Ich fahr die um! Ich glaube, ich kann die Donator-Level-3, kann ich erst benutzen. Ich bin ja da. 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 Wie war das? Die gehen nicht drauf? Ich bin ja da. Ich bin ja da. Das wird teuer, ich seh's kommen. Das war knapp, das war knapp. Ich komm grad so nach Ausweichen. Das wird teuer, ich seh's kommen. Profis, ich sag ja Profis. Entschuldigung. Das war richtig knappe Kisse. Da konnte ich nix für. Die Physik ist ungewächelbar hier. Aber warte, da sind noch ein paar. Ja. Ja, dann machen wir. Da wird ja schon wieder nix für dich da. Warum keine Angst haben, der ist Profi. Das haben wir eben gesehen. Ja, ja, grad so genau. Ja, grad so genau. Das ist ein Effretler. Er hält schon ordentlich aus. Die mit mir... 1, 2, 3 Ich kann nur Bescheid geben, genau. Ich kann nur Bescheid geben. Ich glaube, so langsam brauche ich mal medizinische Hilfe. Oh, hörst du doch weniger aus als dein Fahrzeug. Komisch kann ich auch mal kleben hier. Boah, hab ich nie so Neweil gemacht, das ist schlimm. Entschuldigung, Ablehung. 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 Vielen Dank.